Ich mit dem Skin. Ach, nö. Wir haben uns versammelt, um eine Feier zu feiern. Das ist keine Feier, das ist eine Trauer. Eine Trauer dann. Wir werden ansagen, dass wir MaxiTown, das große Projekt, aufgeben werden. Wo sind eigentlich unsere Bekens, wenn ich frage? Äh, die Bekens. Die Bekens. Egal. Egal, Leute. Egal. Ey, wetten, das war Finna. Ja, safe. Ist egal. Nichts egal. Ich schicke jetzt die Aufnahmen mal in die U-Ständchen. Ah! Komm jetzt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen. Nein, Spaß, das war ich. Ich hab die aufgebaut. Und ich weiß grad nicht, wo die sind. Die sind bestimmt in meinem Mücken. Ja, hier sind die. Um. Oh, ich will nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Schnell, ich steig jetzt hin! Trauer ist vorbei, Trauer ist vorbei, Abbruch. Alter! Abbruch. Nein! Ich kann das nicht. Was für Abbruch? Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin gleich Edmund Angry. Weißt du? Ich kann das nicht. Ich bin jetzt Edmund Angry. Ich wollte einfach euch nur sagen, dass wir das schöne Projekt Maxi Town beenden werden. Damit, kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Komm mit. Ich komm mit. Kommen Sie jetzt sofort mit. Sofort! Damit werden wir jetzt einen Schritt umgehen. Das liebe Plot von Maxi Town wird sich beleucht. Nein, 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 nein. D-E-L-E-T-E Damit werde ich dein Leben auf Ja drücken. An alle Mitarbeiter von Maxi Town. Damit wurde das Projekt für immer und ewig gelöscht. Falls ihr Fragen habt, was ich will nicht mehr? Das kommt. Ist das okay, wenn das auf YouTube kommt? Okay, jetzt keine Werbung. Ich würde sagen, das war es auch mit dem Projekt. Auch wenn ihr nicht viel damit erlebt habt. Ich hoffe, ihr liked. Nämlich ein Like. Das bedeutet eigentlich gleich. Pro Like, mal schenke ich Graeber von Maxi ein Dier-Blog. Also lasst alle Like und Abo da. Nein! Jetzt, was? Pro Like? Pro Like. Okay, ihr habt es gehört. Lasst gern ein Like und ein Abo da. Und ich sag dir ehrlich. Wenn du es noch schaffst, am Wochenende die 50 zu erreichen, überlasse ich dir mein Drachenrei. Was bringt mir das? Ich hab schon zwei. Ich hab schon zwei. Digga! Okay, Leute, das war es damit. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Nein, bloß nicht. Es hat euch nicht gefallen, okay? Ich hab hier dran so lange gearbeitet. Ich hab dafür... Ja, es lag daran, weil keiner gefühlt mehr mitgemacht hat. Maxi, was machst du? Da hat gefühlt keiner mehr mitgemacht. Wie, was machst du? Okay. Leute, das war es damit. Leute, das war es. Ich beende jetzt die Freundschaft mit Maxi und lasst ein Like dafür da. Ciao. Pro Like darf ich nicht mehr lange mit ihm spielen. Ein Like gleich eine Stunde. Leute, ich schwöre, wenn ihr das macht, wenn ihr Liked, dann gibt's richtig Stress mit mir. Okay. Tschüss. Ciao.